Hey Leute, willkommen zurück auf unserem Kanal. Heute haben wir brandheiße News für euch. Ist zwischen Marc Terrenzi und Verena kehrt wirklich alles aus? Vor zwei Jahren machten Marc und Verena ihre Beziehung öffentlich. Nach einer jahrelangen Freundschaft hatten die Funken gesprüht und sie stürzten sich in eine wilde Achterbahnfahrt der Gefühle. Immer wieder krachte es zwischen den beiden, nur um sich kurz darauf wieder zu versöhnen. Romantischer Höhepunkt. Nach ihrer Teilnahme am Dschungelcamp im Januar 2023 hielt Marc um Verenas Hand an. Doch jetzt scheint alles vorbei zu sein. Hat Verena die Beziehung wirklich beendet? Gestern erschien Verena Solo beim Sommerfest von Dreckqueen Olivia Jones in Hamburg. Von Marc fehlt seit Wochen jede Spur. Laut Bild soll Verena ihren Freunden bereits Sprachnachrichten geschickt haben, in denen sie das Beziehungsende verkündete. Aber was ist wirklich dran? Angeblich will die Blondine ihr Leben komplett umkrempeln, sucht nach neuen Jobs und einem neuen Management. Die Zusammenarbeit mit Marc soll sich als schwierig erwiesen haben, da er ständig Termine nicht eingehalten habe. Offiziell hat Verena die Trennung noch nicht bestätigt und trägt weiterhin ihren Verlobungsring. Vielleicht hält sie den Schein aufrecht, weil die beiden noch einige gemeinsame Verpflichtungen haben. Und was sagt Verena selbst dazu? Er hat bis Mitte Juni in Magdeburg zu tun. Das steckt dahinter, stellt sie gegenüber der Bild klar. Marc soll dort bei Jugendfeiern auftreten. Ob das wirklich der Grund für sein Fehlen ist und ob die beiden noch ein Paar sind, wissen wohl nur sie selbst. Was denkt ihr? Ist das das Ende für Marc und Verena? Schreibt eure Meinungen in die Kommentare und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren für die neuesten Promi-News. Bis zum nächsten Mal, bleibt dran und bleibt neugierig!